Für die Bayern sind die Wiesen ein Stück Kulturgut. Für die Baumaschinenfahrer ist es der Böbel Fahrradclub. Eine große Familie, wirklich. Ein super Zusammenhalt, du kannst zu jedem hinkommen. Die Freunde sind da. Man trifft da wieder neue Leute. Sagenhaft, wir kommen alle zusammen und es ist toll. Das Volvermeisters in München zu erreichen, ist der Traum eines jeden europäischen Fahrers. 21 1 2 Duw Read 3 3 2 2 3 2 4 5 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020